Hallo, ich möchte heute einen neuen Status rausschießen. Und zwar, ich bin richtig begeistert. Ich habe tolle Zusagen. Ich habe jetzt meine 52 Speaker-Einladungen raus. Ich habe das alles mit persönlichem Einladungsvideo gemacht und teils etwas automatisiert. Fand ich nämlich besser, als dann nur einen Text zu schicken, aber teils auch ganz individuell. Und es ist spannend, wie sich so zusammenstellt, wer dazukommt, wer teilnimmt, welcher Speaker und wer nicht und die Gründe dafür. Es sind schon ganz tolle Gespräche, schon allein per E-Mail gelaufen mit den Speakern. Also es ist wirklich toll. Und ich wurde auch schon angerufen von einem Speaker. Tolle Sache. Ich will gar nicht groß verraten, wer, weil ihr kennt ja meine Internetseite vom Kongress, evolutionskongress.de. Da könnt ihr euch alles anschauen und dort auch die Prozesse verfolgen. Im Grunde die Seite wächst. Sie ist noch nicht offiziell in der Werbung. Und genau drei Interviews sind schon im Kasten. Heute Abend gibt es das vierte Interview und es sind schon einiges an Termine die nächsten Tage und Wochen drin. Und ich freue mich. Und ich glaube, das wird eine ganz feine Sache. Also super spannend und hoffentlich erkenntnisreich. Das wäre ja mein großes Ziel, dass wir alle zu tollen Erkenntnissen kommen und uns motiviert und inspiriert sehen, selber zu forschen und zu ergründen, wer wir wirklich sind oder wer jeder Einzelne wirklich ist und was das Individuelle des eigenen Selbstes denn auch ist. Und zumindest gibt es durch diesen Kongress auf jeden Fall tolle Anstöße in diese Richtung und in meiner Meinung nach die richtige Richtung. Und wie die einzelnen individuellen Wege dann weitergehen, das ist natürlich noch eine ganz spannende und andere Kiste. Vielleicht werden wir da auch irgendwas auf die Beine stellen, um auch da Feedback-mäßig oder Interviews, ich weiß es noch nicht, was alles kommen mag. Wenn ihr Impulse habt, Ideen, Wünsche, meldet euch, schreibt mir, wie auch immer ihr es für sinnvoll erachtet. Und bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Ciao, ciao und bye, bye.